Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute den 10.02.2019 Ja, und zu diesem fröhlichen Sonntag, da haben wir einen eingeladen, den lassen wir da mal zu Wort kommen, ja. Das ist nun mal so, das tun wir natürlich, unsere Riegel sind natürlich für die Tonöffnung da immer ein bisschen am Klappern als solches und da regeln wir mal auf und fragen uns, ob das dann auch wirklich hier der Ton aufgeht. Na, wie das sagt, na also, na, wunderbar, klappert nicht, ja, 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 alles wunderbar. Gut, also, Ton ab da mal, ja, Ton ab, na also, Ton ab. Ja, ich hab sie eingeladen, weil ich brauche auch mal einen Dichter in unserem Programm, also ein Poet. Ein Mensch, der des Wortes, seines Ausdrucks, seiner Sprachmelodik als solches, ja, in rauschender Fantasie von, das, ja, es kann so sein, ja, es ist nicht zu beschreiben, und der Dinge solcherlei, wenn wir in die heutigen Medien schauen, ja, und da haben sie uns ein Gedicht gemacht. Wie lange hat es im Übrigen gedauert? Ja, das war unendlich lang, ich hab, ich glaube, es ist eine Lebensarbeit gewesen, ich hab mir das ganze Hirn fast zerbrochen dran als solches, Es ist zu schwierig, weil, wenn sie in Medien gehen, dann ist es mit, die Umgänglichkeit des Wortes ist nicht, das wissen alle, und es ist das Schwierige der Sprache als das Gedruckte, sie wissen das, das ist nicht mehr so, wie man das so, ja, man muss da was aufnehmen können, und manchmal streikt auch ein, das Innere entgegen, entgegen von dem, was wird hier gedruckt, was ist da zu lesen als solches, und da fiel mir ein, ich mache ein Poet, ja, das ist mir dann eingefallen, ja, ja. Ja, nun haben sie nur noch eine eigene Vorwortgeschichte jetzt da an die Sache gesetzt, Ich wollte ja, dass sie das immer sofort vortragen, das muss doch einfach mal, ich bin sehr neugierig im Übrigen, ja, denn ein Poem ist ja, da muss man mal sagen, der eine macht ein Liedchen, der andere malt ein Bildchen, natürlich, es gibt ja viele Künste dieser Welt, und ach, da, von mir aus malen sie sich auch hier schürvoll, oder irgendwas, oder machen sie da irgendwas, oder, ja, es gibt ja auch Mundmaler und so, aber da ist jetzt keine Diskriminierung gesetzt, ja, seien wir mal ganz vorsichtig, was wir hier auch gegen Künste sagen, ja, es ist ja nicht ganz so einfach, aber sie sind nun wirklich ein ausgezeichneter Dichter in sich selbst des Wortes, das ist mir schon mal aufgefallen, weil ich habe da mal ein Vorwort andererseits auch schon mal von Ihnen da gelesen und so, und deshalb tragen Sie das doch jetzt mal vor. Ja, ja gut, dann fange ich jetzt an, ja, also ich bin hier mal voll bereit, ja, ich muss allerdings das Hochdeutsch verwenden, ja, weil wenn in Berlinerisch klingt es noch mir dann, ich glaube, dass die Kunst der Sprache des Hochdeutschen möglicherweise auch mal einen guten Klang machen kann, ja, das soll nicht dann hier abgewiesen sein, weil die Medien benutzen natürlich keine Mundart, und daher habe ich gedacht, dass ich dann mit den Medien mal vielleicht in einen Dialog gerate, wissen Sie? Ja, ich glaube nicht, dass die da hinhören, was Sie sagen, das ist, glaube ich, habe ich überhaupt nicht, also ich, es wird alles negiert heutzutage, also es ist eine Einseitigkeit, es ist ein Elfenbeinturm, das wissen wir, da ist nichts erreichbar, für das Denken allgemein gäbe es keine Zuständigkeiten, das ist irgendwie, deshalb sind wir darauf aus, dass wir auch hier den kleinen Mann mal was sagen lassen, wissen Sie? Ja, ja, das habe ich mir gedacht, deshalb wollte ich ja auch, und nun bin ich ja dabei, und nun werde ich das dann auch mal vortragen, ja, für eine Zuhörerschaft vielleicht, die daran interessiert wäre, ja. Ja, ja, ich warte schon die ganze Zeit, fangen Sie doch mal an, Sie machen mich richtig ungeduldig da, ja, also das können Sie auch mal langsam jetzt bringen, das Ding da, ja, ja, na gut, dann fange ich endlich auch mal an. Gut, also das betrifft den Eindruck von Medien, ja, dass ich das noch mal vorweg sage, ja, und nun geht es in den Strophen, ja, ich bin denn schon mal so weit jetzt, ja, ja. Ja, fangen Sie endlich an, ist ja nicht zum Aushalten mit Ihnen, Sie sind ja wirklich aber sowas von. Ja, ich fange ja schon an. Auf heut geht neue Kunden die Welt, mit Druck der Presse aufbestellt, da liest sich Dreck voll Schmutz, die Augen blind was Lüge, sich das Hirn voll spinnt, auch nimmer nie auch anders wahr, als Wahrheit öffentlich wot klar, dass viel entführt der Häusene ist von dem, was sich oft anders ist. Nur ungeschehen kann doch nicht sein, was ging des Wort der Presse rein, geirrt hat sich das Wort im Druck, das Volk wurde dabei voll verrückt, nach Schock und Heilung, auch viel Zeit, ging Dummes in Vergessenheit. So ist's auch mit dem Schreiberling, was er der Welt mit Presse bringt, ja, Neugier bleibt mit Hoffnung da, als Märchen auch mal neu und auch so offenbar, verändern kann sich kaum Betrüg von denen, wo ging aus viel Lüg. Wollern, der Wahrheit über Lügen ist viel wahr, mit hinschauen wird auch all dies offenbar. Ja, das ist wirklich, also ich bin der Meinung, dass, ich hab das noch nie so, so, wenn einer so, so wie Sie, das ist es irgendwie, da wird es klar, was man gegenüber hat, so, verstehen Sie das so, ja? Was man da so gegenüber hat, dass man sagt, ja, es ist schön, es ist wie ein Labyrinth der Wahrheit, aus dem sich dann immer nur jede neue Lüge her, neu hervorsprudelt, als solches. Ja, so, das ist so, diese Mahnung in dem da, ja, das kann, glauben Sie irgendetwas immer so, ja, aber es ist nichts mehr fassbar, also es ist eine Art von Intelligenz, was sich da aus den Medien hervorsprudelt. Das geht aus Ihrem Poem so hervor, dass man einfach den Eindruck gewinnt, ja, 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 Sie kaufen eine Menge hirnloses Zeug, das ist so. Aber Ihr Poem, was fange ich nun damit an eigentlich? Das sagt mir eigentlich auch nicht gerade besonders, irgendwie so, ich habe Sie ja erst gelobt, aber jetzt frage ich mich, was ich eigentlich damit anfange. Ja, Sie wollen da nicht so irgendwie, das war aber auch Kritik denn so, ja? Also ich möchte mir das verbeten, ja, ich habe mir an jedes einzelne Wort hier eine Art von mir gegeben, ja, dass ich dachte, dass ich damit einen Preis gewinne, irgendwann mal wo, aber da hat die Welt da, die hat ja ihres Wortes seiner selbst nichts an eigenem Wort für sich wohl übrig, als dass Sie sagen, ja, 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 bla 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 bla. Ja, also sind Sie von einem so genannten Unwert Ihrer auch so überzeugt, dass Sie meinen, das ist ja gar nicht so viel wert, was Sie da gemacht haben? Ach, das ist doch, das schüttel ich mir da einfach so aus dem Finger, so klack, so klack, klack, das ist doch, ja, das ist doch, das ist doch ein Pfifferlingwert, dass da, wenn ich erst mal in einen Fahrt komme, dann, dann wüssten Sie gar nicht, was das aus mir hervorsprudeln würde. Ich bin doch erst im Aufbau, ich fange doch erst noch an, ha, 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 ha. Sie, Sie sind doch schon auch in einem bestimmten Alter, machen Sie uns doch nicht jetzt hier vor. Ach, das ist jetzt, ich bin doch, ich baue ewig auf, ich baue nie ab, ah. hahaha Das haben wir gemerkt also gut also dann sagen wir mal wir haben uns sehr darüber gefreut über dieses Gedichtchen was sie gemacht haben ja und das ist natürlich für unsere zuhörer dass die dann auch mal da was haben Ein bisschen was für den kopf und für das wort als solches ja für den kopf allgemein ja gut dann schließen wir das dann mal Ja ich habe mich gefreut ist einfach herrlich Ja ich bin sowas von überzeugt was wir da so alles so ja ich mache gerne mal ein Gedicht so Ja das haben wir gemerkt sie sind uns auch ein kleiner von denen da die da seien sie nicht immer so kritisch Na glauben sie doch auch mal was wollen sie mich veröppeln oder was Gut also das war es dann mal meine sehr verehrten Damen und Herren wir mussten da raus Sie haben es gehört ein schönes Gedicht glauben sie an das glauben sie an gar nichts Sie glauben natürlich auch immer wieder alles das war einfach wunderbar ich sage es ihnen noch mal Bleiben sie vorsichtig Glauben sie nie irgendetwas glauben sie nur das Was sie selber da und so ja und sie haben augen im kopf Das wissen sie ja und sie sind nicht auf den kopf gefallen so ist es nun einmal ja Wir beten auch für die etwas ärmeren die das nicht so schnell verstehen das ist nun einmal so Ja ja hallo das war es nochmal hallo hallo ihr sprachfunk hallo hallo ihr sprachfunk berliner ecke ihr sprachfunk